Engel Hiobs Botschaft Brandland Jubiläumsausgabe Dritte überarbeitete Neuauflage 2004 Geschrieben von Severin Rast und Oliver Hoffmann Erschienen bei Feder und Schwert Gelesen von Mario und Koali Epitel 7 Wie kann ein Mensch vor seinem Gott bestehen? Wie kann er schuldlos sein vor seinem Schöpfer? Gott traut nicht einmal seinen eigenen Dienern. Selbst seinen Engeln wirft er Fehler vor. Iob Kapitel 4 Verse 17 und 18 In kleinen Gruppen hatten die Kinder von Valenkas auf dem erleuchteten Dorfplatz einen Halbkreis gebildet. Bei jeder Gruppe befanden sich ein oder zwei Erwachsene. Die Säuglinge auf dem Arm hielten oder sich verzweifelt an ihren Söhnen und Töchtern festklammerten. Die übrigen Dorfbewohner standen außerhalb des Fackelscheins und beobachteten ängstlich das Schauspiel. Iob hatte seine Kapuze tief ins Gesicht gezogen. Er wollte nicht, dass die Beutereiter die Skriptura auf seinem Gesicht bemerkten, die feinen tätowierten Linien auf seiner Haut, die ihn als erfahrenen Engel kennzeichneten. Er hoffte, es würde nicht nötig sein, sich zu erkennen zu geben. Der Kumptur begann nun gemessenen Schrittes von einer Gruppe von Kindern zur nächsten zu gehen. Er blieb oft stehen, um ein Kind länger zu mustern oder um die Eltern nach Namen und Alter ihrer Tochter oder ihres Sohnes zu fragen. Die meisten Kinder schickte er dann sofort zu ihren erleichterten Familien zurück. Bei anderen überlegte er etwas länger, ehe er verkündete, dass sie zu den Auserwählten gehörten oder sie ebenfalls für ungeeignet befand. Hiob drückte Dominiks Schulter. Du brauchst keine Angst haben, stimmte er. Aber der Junge wirkte nicht besonders ängstlich. Mit unverhohlener Neugier beobachtete er die Szene, die sich auf dem Marktplatz abspielte. Es sei ihm überhaupt nicht bewusst, welche Rolle er in ihr spielte. Wie heißt dein Junge, Mann? fragte der Kumptur und trat mit Lessing im Schritt vor sie hin. Dominik, antwortete Irene. Hiob schwieg. Dominik, der dem Herrn geweihte, kommt zu Eliphas, zog eine buschige Augenbraue hoch. Wer hat ihm diesen Namen gegeben? Mein Mann und ich, Herr, antwortete Irene und sah den Anführer der Beutereiter mit festem Blick an. Eliphas blickte erstaunt zu Hiob hinüber, der sein Gesicht immer noch unter der Kapuze verbarg. Der da ist nicht dein Mann? fragte Irene und ließ seinen Blick immer noch auf Hiob ruhen. Nein, Herr, er ist mein Bruder. Mein Mann ist vor zwei Jahren nicht von See zurückgekehrt. Ersoffen, stellte Eliphas trocken fest und ging vor Dominik in die Hocke, um ihm in die Augen zu sehen. Hiob bemerkte, wie Irenes Sohn zusammenzuckte, als der Kumptur ihn mit stechendem Blick musterte. Aber Dominik gab kein Laut von sich und wich nicht zurück. Der Engel konnte ein Lächeln nicht unterdrücken. Es gefiel ihm, dass der Junge sich nicht von den Beutereitern einstürzern ließ. Er hat Mut, stellte auch Eliphas fest. Er wird dem Herrn sicher gute Dienste leisten. Ihr könnt ihn nicht mitnehmen, platzte Irene heraus und sprang auf den Kumptur zu. Ihre Hände packten den breiten Waffengurt über seiner Brust und ihr Gesicht drängte sich dicht vor das Beutereiters. Er ist mein einziges Kind. Alles, was mir von John noch geblieben ist. Ich brauche ihn, schrie sie ihn an. Von Irenes Ansturm überrascht, taumelte Eliphas ein paar Schritte zurück. Noch während Hiob Dominik am Kragen packte, der versuchte, seiner Mutter nachzusetzen, konnte er aus dem Augenwinkel beobachten, wie zwei Beutereiter aus der Dunkelheit auf Irene und Eliphas zugestürmt kamen. Blitzschnell drückte er den zappelnden jungen Marie in die Arme und sprang zu Irene hinüber, die immer noch schrie und sich an den verdutzten Kumptur klammerte. Doch auch die beiden Beutereiter erreichten in diesem Moment mit gezogenen Klingen ihren Anführer. Kurz entschlossen warf Hiob seine Kapuze zurück und rief, Halt! Die erhoffte Wirkung blieb nicht aus. Deutlich war im Fagelschein die Skriptura auf seiner hellen Haut zu erkennen und sein blondes Haar leuchtete golden über dem Dorfplatz. Die Beutereiter hatten ihre Waffen sinken lassen und starrten ihn entsetzt an und auch Eliphas, der mittlerweile Irene abgeschüttelt und zu Boden gestoßen hatte, stand einen Moment mit offenem Mund da. Doch der Kommtur fing sich schnell, seine Augen verengten sich zu schlitzen. Dein Bruder? fragte er spöttisch und blickte auf Irene hinab. Wohl kaum, Weib! Ohne den Spott aus seiner Stimme zu nehmen, bandte er sich an Hiob. Was führt dich hierher, Raguelit? Ihr gehört doch dem Orden der Ragueliten an, nicht wahr? Hiob nickte. Trondheim ist meine Heimat. Trondheim ist weit, stellte Eliphas fest und musterte den Engel misstrauisch. Was ist geschehen, dass du dich ohne Flügel, fern von deinem Himmel, in einem Fischerdorf verstecken musst? Dinge, über die ich dir keine Rechenschaft schuldig bin, Kommtur. Der Klang von Hiobs Stimme hatte sich verändert. In den letzten Wochen hatte er sich daran gewöhnt, mit Menschen wie mit seinesgleichen zu reden. Er hatte sich als einer der Irren gefühlt und seine Stimme war die eines Menschen gewesen. Doch jetzt sprach er wieder in jenem Tonfall, in dem manche Engel zu den Sterblichen sprechen konnten und der keinen Widerspruch duldete. Er war selbst überrascht, seine eigene Stimme so zu vernehmen. Dieses Dorf steht unter meinem Schutz, Kommtur. Du wirst den Menschen hier ihre Kinder lassen und mit deinen Männern abziehen. Mehr um den Bann von Hiobs Stimme abzuschütteln, denn als Verneinung schüttelte Eliphas den Kopf. Das kann ich nicht, Engel. Es ist meine heilige Pflicht, den Kirchenzehnten einzutreiben. Und es ist die heilige Pflicht dieser Leute, ihre Kinder dem Herrn anzuvertrauen, wenn sie auserwählt sind. Ich bin ein Bote des Herrn und ich verkünde hiermit, dass es sein Wille ist, dieses Dorf von Kirchenzehnten zu verschonen. Keines dieser Kinder wurde von ihm auserwählt. Hier war sich ganz und gar nicht sicher, ob er das Richtige tat. Es war nicht das erste Mal, dass er den Willen des Herrn verkündete, doch es war das erste Mal, dass er sich die Botschaft selbst ausdachte. Sonst war sie ihm vom Ab eines Himmels oder einem anderen Vorgesetzten vorgegeben worden. Doch mit einem Mal war er sich fast sicher, dass keine dieser Botschaft jemals von Gott selbst gekommen war. Irgendjemand hatte sie sich immer ausgedacht. Jetzt war er an der Reihe. Valencas ist ein heiliger Ort. Er soll wachsen und im großen Glanz erstrahlen, zu Ehren des Herrn. Dorfbewohner und Beutereite gleichermaßen waren von dem Engel zurückgewichen. Obwohl er keine Schwingen hatte und die einfache Kleidung eines Fischers trug, lag eine solche Macht in seiner Stimme, dass selbst Irene, die ihn pflegte und die letzten Monate mit ihm unter einem Dach gewohnt hatte, voller Scheu und Ehrfeucht zu ihm herüberblickte. Nur Eliphas hielt Hiobs Worten stand. Er allein war vor dem Engel stehen geblieben und starrte ihn jetzt mit unverhohlenem Zorn an. Hiob wusste, dass der Komtur nicht klein beigeben konnte. Wenn er jetzt vor seinen Leuten und den Dorfbewohnern das Gesicht verlor, wäre seine Laufbahn beendet. Ich weiß nicht, welches Geschäft euch hierher trieb, Raguelit, und ich werde mich auch nicht darin einmischen, schrie Eliphas ihn an, als müsste er einen tosenden Sturm übertönen. Aber mein Geschäft ist es, die Kirchenzehnten einzutreiben. Und wenn ihr mich daran hindern wollt, so ist das Ketzerei. Der Pontifex Maximus selbst hat seine Befehle unterzeichnet und sein Wort ist Gottes Wort. Lass die Kinder hier. Ich warne dich noch einmal, Engel. Das ist Ketzerei. Ich könnte dich dafür verbrennen lassen. Ich habe von solchen wie dir gehört. Gefallene Engel, die ihre Flügel verloren und von Gott verlassen wurden. Er wandte sich um und winkte den Beutereitern zu. Schick die Leute in ihre Häuser. Die Auserwählten nehmen wir mit. Zögernd begann die Söldner, seinen Befehlen Folge zu leisten. Hiob konnte sehen, wie sie verstohlen zu ihm herübersahen. Aber bevor er etwas sagen konnte, herrschte Eliphas sie noch einmal an. Das war ein Befehl und Befehlsverreigerung ist Ketzerei. Damit war der Bann gebrochen. Hiob verstand, dass sie die unmittelbare Macht ihres Konturs und die Feuer der Inquisition mehr fürchteten als einen einzelnen Engel ohne Flügel. Er konnte sehen, wie ein Beutereiter Marie und die schluchzende Irene zurück in ihr Haus trieb. Dominic stand immer noch bei den anderen auserwählten Kindern. Zwei Jungen und zwei Mädchen, die von einem der Söldner bewacht wurden. Vielleicht hätte er Eliphas und die Beutereiter überraschen, Dominic im Vorbeilaufen ergreifen und in den Wald fliehen können. Aber er war noch nie zuvor um sein Leben gelaufen. Außerdem fürchtete er, dass der Kommt der Irene etwas antun und sogar das ganze Dorf niederbrennen würde, wenn er mit Dominic verschwand. Es ist falsch, wandte er sich an Eliphas. Alle Kraft war aus seiner Stimme gewichen. Er flüsterte fast. Es ist der Wille des Herrn, antwortete Eliphas. Hiob schüttelte den Kopf. Woher weißt du das? Wie kann es der Wille des Herrn sein, dass diese Kinder und ihre Eltern leiden müssen? Eliphas lachte heiser. Ich kann es nicht wissen. Ich muss es glauben. Und du musst es auch glauben, Engel. Gott hat dich verstoßen. Er hat dir deine Flügel abgerissen und dein Gesicht verbrannt. Es gibt keine Gewissheit mehr für dich außer den Tod. Und wann du stirbst, ob früher oder später, liegt ganz bei dir. Mit diesen Worten drehte Eliphas sich um und ließ den Engel allein auf dem Dorf Platz stehen. Die Beutereiter hatten sich mittlerweile auf ihren Pferden versammelt. Eliphas ließ sie aufsitzen, schwang sich selbst auf seinen Rappen und zog Dominic mit Vorsicht aufs Pferd. Die anderen Kinder waren von vier der anderen Söldner auf ihre Pferde gehoben worden. Hiob stand noch lange starr im Regen auf dem Dorfplatz, nachdem die Beutereiter an ihm vorbei und aus dem Dorf geritten waren. Es war Marie, die den durchnästen Hiob später ins Haus zurückzog. Er wusste nicht, wie lange er draußen gestanden hatte. Sie führte ihn direkt vor das lodernde Herdfeuer, drückte ihm einen Becher heißen Tee in die Hand. Und Irene stand am Fenster und starrte in die nächtlichen Regennacht hinaus. Sie hatte sich nicht gerührt, als Hiob mit Marie die Stube betreten hatte. Nachdem sie alle drei eine Zeit lang schweigend dagestanden hatten, wandte Marie sich an Hiob. Also, fragte sie, was werden sie mit ihm machen? Hiob wusste nicht, was er sagen sollte und sah sie schweigend an. Erst als Irene sich umdrehte und ihn aus geröteten Augen ansah, flüsterte er, sie werden ihn in einen Himmel bringen und dann werden sie einen Engel aus ihm machen. So, wie es mit dir geschehen ist? Hiob nickte stumm. Aber wie? fragte Irene weiter und starrte Hiob an. Was werden sie ihm antun? Ich weiß es nicht. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Sie werden ihn verändern. Ihm Flügel in den Rücken pflanzen, und die Male des Herrn in seiner Haut tätowieren und am Ende werden sie seine Erinnerungen tief in seinen Geist vor ihm verschließen. Hiob wandte sich von Irene ab und vergrub das Gesicht in den Händen. Aber dann, dann sollte ich stolz auf ihn sein, nicht wahr? stammelte Irene leise. Nein. Hiob's Antwort war kaum mehr als ein stickter Schrei. Es ist nicht richtig. Er wird leiden. Sie werden ihm Schmerzen zufügen, und er wird irgendwann als Engel erwachen, ohne zu wissen, wer er ist und wo er herkommt. Und seine alten Erinnerungen werden als mächtige, unverständliche Bilder aus dem verborgenen Tiefen seiner Seele aufsteigen und ihn quälen, bis ihm eines Tages ein Dämon mit glühenden, heißen, klauenden Leib aufschlitzt. Was ist das für ein Schicksal? Welchen Grund gibt es darauf, stolz zu sein? Nein. Sein Platz ist hier. Die bittere Schonungslosigkeit seiner Worte traf Irene wie ein Schlag ins Gesicht, und er bereute sofort, was er gesagt hatte. Irene tastete taumelnd nach einem Stuhl und ließ sich mit letzter Kraft am Tisch nieder. Als Hiob zu ihr hinüberging und ihr schweigend die Hand auf den Arm legte, ließ sie es geschehen, sah ihn aber nicht an. Am nächsten Morgen stand Hiob vor der Dämmerung auf. Nachdem sie sich nach den schrecklichen Ereignissen des letzten Abends endlich zur Ruhe begeben hatten, hatte er die wenigen verbleibenden Stunden wach auf seinem Lager verbracht. Erst als er aufstand und sich ankleidete, kam ihm in den Sinn, dass er auch hätte meditieren können. Doch auch wenn er sich erschöpft und elend fühlte, brannte ein zorniges Feuer in ihm, das ihn vorwärts trieb. Leise schnürte er ein Bündel aus einem paar Lebensmitteln und einer Decke und stahl sich aus dem Haus. Im Schuppen fand er schnell die Truhe mit seiner alten Ausrüstung. Seine geschmolzene Schulterplatte würde ihm wenig nützen, aber sein Messer konnte er gut gebrauchen. Er überlegte noch kurz, ob er seine Votivbänder anlegen sollte, entschied sich dann aber dagegen. Irgendwie erschien es ihm verlogen und kindisch, sie unter dem dunkelgrauen Fischerkittel zu tragen. Gerade als er seine Lanze aus der Decke wickelte, um sich zu vergewissern, dass sie noch auf seine Berührung ansprach, trat Irene in den Schuppen. Sie trug noch ihr Nachthemd und sie hatte sich eine Decke eng um die Schultern geschlungen. Auch sie sah aus, als hätte sie die ganze Nacht kein Auge zugetan. Ich muss mich beeilen, bevor der Regen die ganzen Spuren davon geschwemmt hat. Hiob schlug die Lanze wieder in die Decke ein. Du musst nicht gehen. Hiob schwieg und befestigte seinen Bündel an den eingeschlagenen Schaft. Nicht meinetwegen, meine ich. Sie stand immer noch in der Tür und sah ihn an. Er nickte. Als er aufstand und sein Bündel schulterte, trat sie beiseite, um ihn vorbeizulassen. Unter der Tür streiften sich ihre Körper. Hiob blieb einen Moment stehen und sah Irene in die Augen. Danke. Für alles. Du wirst ihn bald zurückhaben, das verspreche ich. Gib auf dich acht, Hiob. Er nickte noch einmal, wandte sich dann um und verließ den Schuppen in Richtung des Weges, der aus dem Dorf führte. Stopp. Hoow. Abенить all τους Neues.